Wenn die Nacht der neuen Zeit beginnt und die Welt das Lied von morgen singt, werden wir Frieden tief in uns fühlen. Niemand ist traurig und allein. Wenn die Uhr zur neuen Stunde schlägt und die Welt die Liebe in sich trägt, werden wir Lügen einfach besiegen. Das wird ein Anfang für uns sein. Junge Träume fliegen weit für die Menschen, die sich heute Nacht begegnen. Ein Brand von tausend Händen und am weiten Himmelszell. Junge Träume für die Welt. Wenn der Hass im Sternenmeer versinkt und das Licht der Hoffnung wieder blinkt, gehen wir dem Leben offenen Wegen. Dann wird die Liebe ewig sein. Junge Träume fliegen weit für die Menschen, die sich heute Nacht begegnen. Ein Band von tausend Händen und am weiten Himmelszell. Junge Träume für die Welt. Junge Träume fliegen weit für die Menschen, die sich heute Nacht begegnen. Ein Band von tausend Händen und am weiten Himmelszell. Junge Träume für die Welt. Junge Träume für die Welt. Junge Träume für die Welt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich meine, wir hatten vor einem Jahr das große Fest im Mürzzuschlag gehabt mit 10.000 Menschen. Und da hat uns wirklich die Nachricht ereilt, genau drei Nummern vor Schluss, dass der Sepp Kern gestorben ist. Es ist genau ein Jahr her und wir haben ihm versucht ein kleines Geschenk zu machen, sofern das überhaupt möglich ist, wobei wir alle der Meinung waren, der ist da oben gesessen und hat wirklich zugehört. Sie wissen, wovon ich rede, der hutscht das irgendwie als Symbol da. Schaut es einmal, schafft sie das noch? Schafft es das hier? Seht's Leidl und es ist heute... Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie waren ein großartiges Publikum und wir hoffen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat in diesem Sinn. Auf Wiederschauen. Alex, super. Alex, 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 Alex. Also, wenn die Tontechnik parat ist, können Sie uns noch die Musik zuspielen von den jungen Träumen. Die drei werden das jetzt noch einmal singen, damit die Träume noch einmal fliegen können. Bitte, wenn ich die Regie bitten darf. Wenn die Zeit das Lied von morgen singt, werden wir fliegen, tief in uns fühlen. Niemand ist traurig und allein. Wenn die Uhr zur neuen Stunde schlägt und die Welt die Liebe in sich trägt, werden wir lügen, einfach besiegen. Das wird ein Anfang für uns sein. Junge Träume fliegen weit für die Menschen, die sich heute Nacht begegnen. Ein Brand von tausend Händen und an weitem Himmel zählen. Junge Träume für die Welt. Wenn der Hass im Sternenmeer versinkt und das Licht der Hoffnung wieder blinkt, gehen wir dem Leben offenen Wegen, und dann wird die Liebe ewig sein. Junge Träume fliegen weit für die Menschen, die sich heute Nacht begegnen. Ein Brand von tausend Händen und am weitem Himmel zählen. Junge Träume für die Welt. Junge Träume fliegen weit für die Menschen, die sich heute Nacht begegnen. Ein Brand von tausend Händen und am weitem Himmel zählen. Junge Träume für die Welt. Junge Träume für die Welt. Junge Träume für die Welt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war Band für Steiermark 2011 in Memorians Sepp Kern, die Erzherzog-Johan-Award-Verleihung. Und meine liebsten Freunde, Musikkolleginnen und Kollegen, die heute hier waren, ich möchte als kleiner Alex nur sagen, Danke für euer Kommen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Für euch! Vielen Dank! Vielen Dank! ologie estuv�